Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Ich möchte euch heute noch den Hinweis geben, wie ihr Mary Lee, We Roll Alone, auch mit zweier Akkorden begleiten könnt. Die zweier Akkorde. Der C-Akkord geht C und G mit den Fingern 5 und 1. Beim G-Akkord geht der kleine Finger einen Ton tiefer und der Daumen bleibt. Meistens kommt danach wieder der C-Akkord. Ihr müsst euch also merken, der Daumen bleibt. Der kleine Finger wechselt zwischen dem H und dem C. Das solltet ihr flüssig spielen können, wenn es geht, ohne hinzuschauen. So, los geht's jetzt. Mary Lee mit zweier Akkorden. 1, 2, 3, 4 G-Akkord und C-Akkord G-Akkord und C-Akkord Für heute sage ich Tschüß!